An der Sekundarschule Schlieren sind 80% der Schüler Ausländer. Aus Spargründen werden jetzt die 20% Schweizer Schüler ins ausländische Umfeld integriert. Ein entsprechendes Versuchsprogramm wurde vor kurzem gestartet. Bereits im vergangenen Schuljahr wurden die Lehrer umgeschult. Hey, Pippel, Pippel, da vorne läuft die Musik. Hey, eure Ferien auf SMS-Aufsätze waren im Fall mega geil. Alle, kusset einen. Also, Amir, kommst du mal auf meine Stage. Juhu, warte, geil! Hey, voll klar, krass geiler Aufsatz war. Merci, Mann. Ähm, ähm, äh, und jetzt auch schon. He, he, mega bitch, ey. Hey, ich bin dein Bross Dope übergenommen. Ich bin fast übergegangen, voll krass. Hey, was läuft, Mann? Hey, was heißt, ich schweige mich nicht an, Mann. Handy retour, easy. Easy. Arschloch. So, jetzt kommen alle zum Häuptling und gehen das Handy holen. Zvetlano. Hey, geil gewesen, Zvetlano. Dann der Stojan. Sauber gewesen, gute Arbeit. Dann Anupfach. Sauber gewesen, Stojan, hey, oh Mann, hey. Dann haben wir den Fatima und natürlich auch Aniko. Super gewesen, Fatima, ganz gut gemacht Aniko. Und am Schluss haben wir noch Jessie. So, geile Arbeit für Jessie, super gemacht. Malte Rüttisüeli, wie viele Mal habe ich dir schon gesagt, du musst dich anpassen? Wie ich auch? Sonst bleibst du immer mit einem Depp von dieser Klasse. Schreib dir auf, so etwas auf Papier. Für was haben wir denn ein Handy? Hä? Ja, aber mein Vater und meine Mutter haben gesagt, dass die elektronische Kommunikation nicht nur ökologisch, sondern auch psychische Belastung ist. Also, gerade für eine 15-Jährige ist die Omnipräsenz von diesen Strahlen einfach schädlich. Da fängt es ja schon an, Vater und Mutter. Deine Eltern sind ja nicht einmal geschieden, du bist ja völlig out. Ja, ich kann einfach nicht so cool dastehen und ich kann auch nicht rappen. Aber ich spiele Trompete in der Harmoniemusik Seuliant. Psst, nicht so laut, das gehört zu Schnöpper. Und wie du schreibst, schau mal da, schau mal. Da schreibst du dir im Aufsatz, diesen Sommer fuhren wir kurz nach Italien. Erstens heisst es nicht Italien, sondern Montenegro. Dann, nicht fahren, sondern rasen. Hä, rasen, gell? Dann, statt diesen Sommer sagt man, am Summo. Sagen wir mal. Ähm, Summe. Ja, nicht schlecht. Und dann da, es heisst nicht wir, sondern dem Grosst. Das ist, äh, das ist Variable Genitiv. Ja, ja, ja. Und kurz heisst Krossschnell. Also du musst sagen, respektive schreiben, also, am Summo sind wir Krossschnell nach Montenegro gegrast. Also, am Summe sind wir dann Krossschnell nach Montenegro gegrast. Ja, und immer so. Geil. Ah, ich spiele ihm voll Trompete, hey. So, und jetzt gehst du raus. Und gib uns. Gut. Malte. Ja? Die Hose. Ah. So. Ja, tiptop. Gut. So. Hey, Mann. Ich mache dem Fall auch Musik. Oh, mein Arminusik-Soriant. Oh, mein Arminusik-Soriant. Oh, mein Arminusik-Soriant. Oh, mein Arminusik-Soriant. Oh, mein exparkament. Oh, mein Arminaposik. Oh, mein Arminusik. Oh, mein Arminusik-Sorgesetzt Berlin. Oh, mein Arminusik. Oh. Was?